Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video auf YouTube. Heute zeige ich euch meinen Push-B-Tag. Ich habe normalerweise eine Brustpresse im Gym, eine Standing Chest Press, wo ich ungefähr die gleiche Griffposition habe. Da ich die aber nicht zur Verfügung habe, verwende ich momentan eine Football Bar. Das seht ihr jetzt auch schon im Video, die ersten paar Wiederholungen. Und zwar steige ich da ein mit einem Light Set, also das leichtere Set. Mit dem fange ich an. Hat den Grund, dass bei solchen Drückbewegungen, die aus dem Ellbogen sind, bei engen Bench Press oder eben auch wie bei dieser Ausführung, macht es einfach Sinn, dass man zuerst einmal die Bewegung mit etwas weniger Gewicht macht, damit die Ellbogen sich ein bisschen so aufwärmen und für die Bewegung vorbereiten. Je länger man trainiert, desto wichtiger ist, dass man auch schaut, dass man langfristig stark wird und die Gelenke gesund bleiben. Wie gesagt, ein Light Set und jetzt kommt schon der Heavy Set. Da geht es nur 4 bis 7 Reps und in dem Fall wäre es fatal, wenn ich da gleich einsteigen würde mit diesem extrem schweren Satz. Natürlich wärmt man sich auch auf, aber da ist immer eine andere Intensität, wenn man wirklich auch einen Satz davor macht. Bei dieser Übung muss ich noch schauen, dass ich es ein bisschen besser reinbekomme von der Koordination her, weil ich ja normalerweise auf der Maschine trainiere, ist ja alles vorgegeben, der Bewegungsablauf. Und bei dieser Football Bar muss man doch ein bisschen mehr stabilisieren. Es geht weiter im Plan. Die zweite Übung ist ein Incline, also High Incline Chest Press. Also 45 bis 60 Grad würde ich da empfehlen. Und da starte ich dann schon mit dem Top-Satz, mit 0 Reps in Reserve, eben 1 Top-Satz und danach kommen die Back-Off-Sätze. Und da habe ich dann 1 Reps in Reserve, also beim Top-Satz All-Out gehen. Die Busmuskulatur ist aufgewärmt durch die zwei Übungen davor, da soll es dann kein Problem sein. Und da habe ich auch den Rep-Range gut ausgefüllt mit den 40 Kilo. Der nächste Satz ist eben der Back-Off-Satz, einer von zwei, den ich gefilmt habe. Ja, beim Back-Off-Satz, Reps in Reserve 1, schauen, dass man eben nicht zu krass ans Limit geht. Ich schaue schon eher, dass ich am Muskelversagen dran bin, aber wenn es nicht sein muss, erzwinge ich nicht die letzte Wiederholung. Weil beim Brusttraining ist es meistens so, dass es dann die letzte Wiederholung irgendwie ausschaut. Und da kann man sich eher noch verletzen, als dass man irgendwie Progress macht, wenn man die letzte Wiederholung zu stark rausgrindet. Also da beende ich dann schon den Satz, obwohl ich vielleicht noch für ein letzter Rep hätte gehen können. So, jetzt kommt was Interessantes. Vier Sätze von einem Trippelsatz für die Schulter. High Rep, also 17 bis 21 Reps. Ein Trippelsatz, das muss man sich so vorstellen. Das sind drei Übungen, die sucht man sich aus. In dem Fall habe ich da so eine High-Row-Bewegung. Die seht ihr jetzt. Das ist für die hintere Schulter. Da schafft es ihr eben in die Kontraktion zu gehen, auch mit ordentlichem Gewicht. Die nächste Übung wird dann auch wieder für die hintere Schulter sein, aber eher so eine fliegende Bewegung. Also ein Banded Pull Apart, wo man eine Hinge-Bewegung macht für die hintere Schulter. Also eher ein bisschen mehr den vorderen Anteil, den Stretch mit reinbekommt bei der Bewegung. Und am Ende finische ich das Ganze mit Side-Heben im Sitzen. Auch leicht vorgebeugt, so trifft man die Schulter auch leicht. Gut, da bin ich jetzt komplett ans Muskelversagen gegangen mit 17 bis 21 Reps. Also jeder von diesen Sätzen, also jede Übung wird wirklich bis ans Muskelversagen trainiert. Beim Band ist das immer die Sache, da schaue ich, dass ich so eng wie möglich nehme. Schulterblätter lasse ich nach vorne und versuche nicht mit den Schulterblättern zu stark hin zusammen zu gehen, dass ich wirklich konstante Spannung auf der hinteren Schulter habe. Ja, also diese Triple Sätze mache ich jetzt seit, würde ich mal sagen, zwei Jahren. Oder schon mehr als zwei Jahre. Und ich würde sagen, das hat meiner Schulter extrem guten Progress gebracht. Also ihr habt da einfach einen anderen Reiz, als wenn ihr die ganze Zeit nur mit niedrigen Wiederholungen irgendwie Compounds macht. Ja, wie jetzt Schulterdrücken oder an einer Maschine. Vor allem für die hintere und seitliche Schulter würde ich euch das empfehlen, dass ihr da auch Sachen einbaut mit wirklich vielen Wiederholungen. Und auch so in Kombination mit Triple Sätze, wo ihr wirklich einen extrem guten metabolischen Stress auch einfach für die Muskulatur habt. Da habt ihr einen anderen Wachstumsreiz, als wenn ihr jetzt wirklich so mechanische Lasten, schwere Lasten auch bewegt. Und ich finde halt, man muss da mental sehr stark sein, weil es ist nicht leicht, da wirklich über diesen langen Zeitraum konstant einfach sich zu buschen. Also da gehört wirklich Durchhaltevermögen dazu und man muss seinen Schmerzempfinden auch, also man muss einfach bereit sein dafür, dass es weh tut. Wenn man 17 bis 21 Raps macht, am ersten Satz, dann ist es eigentlich schon so, okay, scheiße, ich möchte jetzt eigentlich aufhören. Es tut schon alles weh, aber man macht dann weiter und da muss man sich einfach immer denken, weitermachen. Und ihr könnt sehen, die Schulter ist komplett gebummt. Also der Bump, den man bekommt, wenn man vier Sätze macht und das ist jetzt der letzte Satz, ist einfach insane. Also das kriege ich mit keinen anderen Übungen hin, so ein Bump. Weiter geht es mit Trizepsdrücken, mit der Straight Bar. Und zwar, wie gesagt, vorher schon angesprochen, die Ellbogen sind eben wichtig, vor allem wenn man lang trainieren möchte. Das ist ein Gelenk, das auch sehr verletzungsanfällig sein kann. Und deswegen starte ich da auch wieder mit 21 Wiederholungen. Das heißt, ich pumpe da richtiges Blut in den Muskel rein und beginne den Satz eben eher leichter und steigere mich dann. Da ist eben gestanden 21 bis 7 in vier Sätzen. Das heißt, ich starte mit 21 und gehe dann runter, sagen wir so, auf 15 bis 18 Raps. Dann 12 bis 15 Raps und am Ende eben die 7, schaue ich, dass ich genau die 7 treffe mit einem bestimmten Gewicht. Auch fürs Armtraining würde ich euch auch empfehlen, auch einmal mit High Raps zu arbeiten. Für mich ist das, die Progression findet statt, wenn ihr stark genug seid, im Kopf eben mental, um die Schmerzen auszuhalten. Das gleiche auch da jetzt bei dieser Bizeps-Curl-Variante mit der EC-Bar oder SZ-Stange. Auch wieder das gleiche Prinzip, 21 bis 7 Raps in drei Sätzen aber nur. Also schaue ich, dass ich da genau die 21 treffe, dann irgendwo dazwischen so 15 Wiederholungen, 12 bis 15. Und am Ende eben richtig schwer die 7, aber für den letzten Satz ist eben dann auch die Gelenke und alles vorbereitet, auch dass man sich nicht verletzt. Vor allem, wenn man mit schweren Gewichten trainiert, schon bei so Isolationsübungen, bei schweren Übungen, würde ich nicht empfehlen, gleich irgendwie mit dem größten Gewicht reinzusteigern. Auch wenn es cool ist, dass man sich steigert, aber ich würde da immer schauen, dass man wirklich langfristig an Progress macht. Und langfristig macht man auch nur Progress, wenn man gesund bleibt und sich nicht irgendwie verletzt und auch an Übungen ausführen kann. So, da ist dann auch schon der letzte Satz, wo ich eben nur 7 Wiederholungen mache. Ich schaue bei dieser Übung immer, dass ich meine Schultern fest nach unten drücke, jedes Mal, wo ich eben die Übung einleite und nach unten drücke. Ich sehe da oft, dass viele sich irgendwie über die Stange lehnen und dann irgendwie runterdrücken. Aber da sollte der Sinn, bei Trizepsdrücken sollte der Sinn schon dahinter sein, dass man wirklich den kompletten Bewegungsablauf drinnen hat. Also wirklich auch ganz rauf gehen und in den Switch runter. Dann haben wir da den letzten Satz, Bizeps Curls, eben nur die 7 Wiederholungen. Und da bin ich mittlerweile bei, ich glaube, 52 Kilo auf 6 oder 7 Wiederholungen. Und habe da eben schon 2 Sätze hinter mir vom Bizeps. Macht extrem Spaß, Bizeps Curlen, auch wenn man sich eben langsam steigert. Und das ist eigentlich so die schwerste Übung, die ich in der ganzen Woche habe für den Bizeps. Also macht dann schon Bock, weil man richtig All Out gehen kann. Ja, das war das Training. Am Ende vom Training habe ich dann noch ein bisschen gepost. Mal geschaut, über die Arme. Natürlich bei diesem Training hat man einen super Pump in der Brust, in der Schulter, Bizeps und Trizeps. Das macht extrem Spaß an diesem Trainingstag, weil man einfach sich richtig gut fühlt. Und da habe ich natürlich versucht, Side Tricep zu machen und auch die Side Chest, wo man den Bizeps zeigt. Posing kann man immer optimieren. Und man weiß ja nie, wann man wieder auf die Bühne geht, also die Posen immer wieder üben, dann sitzen die auch. Meine Grüße gehen raus an alle Freunde vom Natural Bodybuilding. Heute haben wir leider erfahren, dass die GNBF dieses Jahr nicht stattfindet. Verliert nicht euer Ziel aus den Augen. Der nächste Wettkampf kommt bestimmt. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich heute. Falls es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, ein Abo. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt. Danke und Tschüss.